Am 29. April feiert das Tanzhaus NRW den Welttanz-Tag mit ca. 20 Schnupper-Cursen ab 13 Uhr und einem Welttanz-Tag Dance Marl, hosted by KoryAction, ab 18 Uhr im Foyer. Meldet euch an unter www.tanzhaus-nrw.de. Come out on their footers. Hope to see you there. Hi, mein Name ist Takao und ich unterrichte hier Hausdance. Hi, ich bin Iwanaskarutze, ich unterrichte Salsa und Lettienmuth und ich selber bin aus Italien. Hallo, mein Name ist José Manuel Sánchez Moreno. Ich komme aus Malaga, Sparien und unterrichte Flamenco im Tanzhaus NRW. Hallo, mein Name ist Bicicca, ich bin Bicicca, ich bin Bicicca, ein bisschen Zay Breakdance im Tanzhaus NRW. Hi, den ich dir, bei euch zwei. Peace out. Hey, mein Name ist Bicci, ich teache im Tanzhaus NRW in Deutschland. So, Alina, ich werde okay. Ciao, sono Carlo Melis, sono insegnante di Modern Jazz, Contemporary Jazz e Contemporary Dance in Tanzhaus. All right. Guten Tag, mein Name ist Othello Jazz. I'm doing Modern Jazz for the International Dance Day. And I'm come on way for my own, aber my own flavor. Hallo, mein Name ist Erika Winkler. Ich komme aus Köln, ganz gefährliche Gegend. Ich unterrichte zeitgenössischen Tanz und ihr seid alle herzlich willkommen zum 29. April für den Welttanzpark. Hoi Zama, ich bin Daniel. Ich bin Schweizer und bin in Zürich geboren. Hoi, es war Hita, es war Brasileira, für alle die Contemporane moderne Klinatanzhans. Hallo, mein Name ist Kofi, ich teache Hip-Hop. I'm happy to see you guys running and winning in India, running and suck, money in G-Bah, bye-bye. Hi, ich bin Ivana Kisit, ich komme aus Kroatien und ich unterrichte hier im Tanzhaus Morantas. I'm reading Monaplex. Hallo, mein Name ist Daniel Luca und am 29. April ist es wieder so weit. UNESCO-Beltanzstag hier im Tanzhaus NRW. Das heißt Workshops, Shows, Performances und vor allem ganz, ganz viel Tanz. Und eine Sache geht nur auf 5, 6, auf 5, 6, 7. Wofür, ich bin 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 ich